Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Satellitenschüssel richtig ausrichten und somit auch die SAT-Anlage richtig einstellen kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich die Halterung an der Wand mit vier Dübeln und vier Schrauben ordentlich festgemacht, dass es natürlich auch sauber im Wasser liegt, da das Ganze einfach die Voraussetzung für eine richtige Einstellung ist. Als nächstes besorge ich mir auf meinem Handy mal noch eine Satellitenfinder-App. Hierfür gehe ich ganz einfach in meinen Playstore rein, gebe hier oben einmal Satellitenfinder ein, das kommt auch schon ganz oben und nehme in meinem Fall einfach mal diesen hier, weswegen ich den jetzt auch ganz einfach installiere. Wenn die App gedownloadet ist, gehe ich mal auf Öffnen und anschließend muss ich hier noch auf Weiterinformation schließen. Das passt alles soweit. Ich möchte, dass die App auf jeden Fall auf meinen Standort zugreifen kann. Das ist einfach wichtig, dass wir hier unten jetzt auch den Kompass sehen. Wir können erkennen, wenn ich das Ganze drehe, dann dreht sich die Karte auch mit, so wie es in meinem Fall ja auch sein sollte. Und nun müssen wir mal noch unseren gewünschten Satelliten auswählen. Für die klassischen deutschen Sender, wie zum Beispiel RTL und ProSieben, würde ich euch auf jeden Fall Astra 19.2 East, also Osten, empfehlen. Da klicken wir jetzt auch mal drauf und dann können wir auch schon unsere zwei wichtigen Werte ablesen. Zum einen mal der sogenannte Elevationswinkel mit 33 Grad bedeutet einfach, wie stark unsere Satellitenschüssel jetzt in den Himmel geneigt sein muss. Und hier unten können wir dank dem Kompass ja auch noch erkennen, wie stark wir jetzt unsere Satellitenschüssel dementsprechend noch in welche Richtung schwenken müssen. Zuerst einmal müssen wir unsere 33 Grad auf der Rückseite der Schüssel einstellen. Hierfür haben wir nämlich eine spezielle Befestigung, bei der man auch hier die Gradanzahl super erkennen kann. Und da stellen wir das Ganze jetzt wirklich mal auf 33 Grad. Dann können wir normalerweise auf der Rückseite auch schon spezielle Flügelschrauben ganz einfach festdrehen, damit sich das Ganze natürlich auch nicht mehr verändern kann. Nun nehmen wir mal unser Handy mit der eingestellten App, legen das Ganze gerade auf unserer LMB-Schiene drauf und dann drehen wir es einmal so weit, bis es in der App anzeigt, dass sie perfekt ausgerichtet ist. Wenn bei uns also alles grob ausgerichtet ist, können wir mal noch die Flügelmuttern hier hinten ordentlich ansehen, dass ich natürlich die Schüssel nicht mehr verdrehen kann. Und wenn dann auch hier vorne der LMB mit unserem Receiver bzw. mit unserem Fernseher direkt über das Kabel verbunden ist, wie man übrigens diese F-Stecke hier richtig anschließt, da habe ich auch schon ein spezielles Video dazu gemacht. Können wir bei unserem Fernseher mal auf die Einstellungen gehen, anschließend auf Senderempfang, automatischer Sendersuchlauf, als nächstes auf Start klicken. Dann haben wir noch ein paar Einstellungen, bei mir sollten die auch auf jeden Fall passen, die sind normalerweise immer schon voreingestellt, deswegen gehe ich mal auf Scan und wir können sehen, dass jetzt auch schon automatisch Sender bei unserem Satelliten Astra 19.2e gesucht werden. Der Scan ist abgeschlossen, weswegen ich auf Schließen klicke und wir können mal die Qualität am Bild überprüfen. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, falls bei dir der Empfang nicht so toll sein sollte, dann kann am besten mal noch eine zweite Person raus zur Satellitenschüssel gehen, an dieser ganz fein etwas hin und her drehen bzw. schwenken und dann sollte man darauf achten, dass sich natürlich das Bild auch verbessert. Solche Probleme können immer auftreten, da natürlich das Einstellen mit dem Handy-Kompass auch nicht immer hundertprozentig richtig funktioniert. Was für die Feinjustierung noch leichter ist und vor allem auch alleine geht, ist ein sogenannter Satfiner, den es mittlerweile am Markt ab 10 Euro gibt. Diese wird ganz einfach zwischen den LNB und auch zwischen meinem Kabel vom Receiver geklemmt und wenn alles richtig funktioniert, kann man hier unten auch sehen, dass es aufleuchtet und wir eine Stromzufuhr vom Receiver somit haben. In meinem Fall schlägt der Satfiner noch nicht aus, deswegen ich den Regler mal etwas nach oben drehe, bis auch dieses leichte Summen kommt. Und jetzt geht es darum, dass wir mal unsere Satellitenschüssel etwas weiter drehen und schauen, ob sich am Regler etwas verändert. Der Ton wurde auf jeden Fall lauter, jetzt drehe ich das Ganze wieder etwas runter, dass der Pegelanzeige auch in der Mitte ist und ich kann weiter drehen bzw. auch die Neigung verändern. Desto lauter es ist, desto besser funktioniert es und da muss man jetzt einfach mal etwas fein justieren. Bei mir kommt auf jeden Fall ein super Bild, weswegen ich den Satfiner draußen jetzt auch wieder abbauen kann und somit habe ich dann auch schon meine Satellitenschüssel richtig ausgerichtet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Satellitenschüssel, eine Halterung, ein LNB oder auch ein Satfiner zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.